Witzige Outtakes, die besser sind als der eigentliche Film. In Avengers improvisierte Dave, der Drag spielte, diese komische Szene. In dieser Szene in Doctor Strange muss er einen Stab fangen, ohne hinzuschauen. Und er brauchte hunderte von Versuchen, bis er es endlich geschafft hat. Als Jackie Chan Rush Hour drehte, konnte er kein Wort Englisch. Also hat er in seinem Skript tatsächlich viel durcheinandergebracht. In Avengers Infinity War mussten sie diese Szene hunderte Mal drehen, bis es endlich geklappt hat, weil ein Statist nicht aufgehört hat zu stören. Um die Twilight-Filme zu drehen, mussten die Schauspieler tatsächlich Wölfe spielen, die gestreichelt wurden. Sie mussten also Haustiere spielen. In Avengers Infinity War